Okay, gut. Dann lass uns das jetzt angehen. Auf alle Fälle, hier ist unser Zuhause, das ist gut zu wissen. Vielleicht werden wir hier auch noch Chef, wer weiß das so genau. Wir müssen jetzt mit Kapitän Ruben sprechen, der den geheimen Hinweis, ach, uns Sachen verkaufen, der den geheimen Hinweis gegeben hat. Ich brauche Beweglichkeit. Ich brauche Beweglichkeit, verdammt. Warum habe ich denn eine Arztmaske? Achso, die kann ich kaufen, siehst du? Schon geht's los. Ich habe zu viel Krams. Einfach zu viel Krams. Ich muss... Okay. Im Zweifel kaufen wir uns dann Klamotten für die zuständige Klasse, ne? So. Ach, siehste, Pistole. Genauigkeit drei. Ah, die sieht gut aus, aber Feuerrate ist, äh, langsam. Da ist dann sowas besser, guck mal. Für unweigerlich ein bisschen weniger. Und wir können es ja noch hochpimpen. Warum können wir da eigentlich hier die Dings drehen? So, Langwaffe ist doof. Aber die hat natürlich richtig viel Aua. Guck mal, 518. Aber die schießt halt nicht so schnell. Ich glaube, die ist hier fast das Beste. Ich nehme die mal mit. Sicher, sicher. Upgraden kann ich ja noch nicht da an der Stelle, ne? Attribute. Obwohl. Beweglichkeit brauche ich, ne? Oder? Genauigkeit. Genauigkeit. So. Egal. Komm. Die wird jetzt genommen. Und die können wir, ähm, wie waren das, äh, das geht nur an dem Stand, ne? Ja. Die können wir hier vielleicht auch noch ein bisschen aufpimpen. Verbessern. Schafft leer. Können auch ein bisschen den Schaden nach oben drücken. Okay. Da siehste. Bessere Waffe. Und weiter geht's. Da vorne steht er. Da. Nicht getroffen. Orange. Ich bin. Eben Ruben? Ja, der Mann selbst. Für wen habe ich die Höhne zu sprechen? De Sardé, Legate der Merchant Congregation. Was bringt dich hier? Der Admiral hat mich gefragt, um deine kleine Problematik zu erinnern, um die Unbekannte in deinen Rangstern. Ich verstehe. Ich bin froh, zu antworten irgendwelche Fragen du hast. Du sagst dem Admiral, dass du einen von deinen Crew-Members hast. Ja? Ja? Der junge Apprentiss-Sailor, Alba. Ein Vorwanderer von Telleme. Sie hat uns nur ein kurzer Zeit gehört. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Was hat dich an diese Sorgen? Die Mädchen'er comportiert. Sie war sehr stolz, sehr wütendlich. Almost zu viel. Dann, plötzlich, sie wurde nervös. Sie hat sich isoliert und nicht mit anderen sprechen. Sie ist ein recenter Rangstern, was, in der Fall, ein paar Sorgen um ihre vocation zu erinnern. Manchmal habe ich sie verletzt. Manchmal habe ich sie verletzt. Sie waren oft verletzt. Und seitdem wir zurückgebracht haben, sie ist fast nie auf dem Board. Sie verstehen meine Frage. Aber Sie sollten wahrscheinlich sprechen mit anderen Mitgliedern der Crew. Sie wissen etwas anderes. Und Sie wollen etwas anderes wissen? Sie wissen, welche Informationen sie hat sich verletzt? Ich weiß nicht genau, was Sie wissen, über unsere Methoden der Navigation. Wir sagen, dass die Magik nicht viel zu tun hat. Ich verstehe. Na klar, sie auch kennt das. Sie sahen einige unserer Maschinen auf dem Board. Und wenn sie durch meine Papiere suchen, kann sie noch mehr sensitiver Informationen bekommen. Und Sie wollen etwas anderes wissen? Okay, das wird interessant. Der Admiral sagte mir, dass Sie der neue Kapitän des Schicks, auf dem wir gekommen sind. Der Seahorse? Ja. Es ist ein excellentes Schicks und eine gute Crew. Aber Sie haben die Kursung gemacht. Sie wissen es auch gut wie ich. Und Sie wollen etwas anderes wissen? Das wird alles, Kapitän. Danke. So, wo ist deine Crew? Wo ist... Ach, die steht auch noch. Die steht super bereit. Das ist schön. Äh, du bist als erstes dran. Du kannst sagen, sie zeigt etwas zu viel Zeal, eben. In den Momenten. Das zu sagen, seitdem wir hier sind, habe ich sie ein bisschen... gestorben. Und du kannst sogar sagen, nervös. Würdest du wissen, wo ich sie finden kann? Nein. Ich würde nicht. Wo ist sie? Ich hoffe, sie hat nichts zu tun. Diese Kommission-Volunteerinnen. Wir wissen niemals, ob wir sie glauben. Was anderes? Ich glaube, da ist was anderes im Busch. Dass sie eine Freiwillige war oder ist, weil sie irgendeine Überfahrt braucht oder sowas. Hey, happy to see you again. How have things been going for you, since you're crossing? Good, thank you. Even if I've quite a list of errands to check off. Then straight to it. What can I do for you? I'm looking for a nought. A young woman going by the name of Alba. I know her. She joined our crew at the same time as our new captain. Did you try the tavern? Don't give me that look there. I've kept from the bottle since that story with Jonas, you know that. No matter. When we're at dock, there's nothing much else to do. It might be that little Alba went there to take a look. Anything else? I need to go. Farewell. Smooth sailing. So, dann du. Your Excellency. I am so pleased to see you again. The pleasure is shared. What can I do for you? I would like you to tell me anything you can about a member of your crew. Alba. He's joined our party. But I like her already. She works hard and is full of courage. You know, she is one of those rare nots that joined of her own volition. And she did everything she could to become one of our own. Until we arrived here, she suddenly became distraught and frightened. It brought back memories. Do you know where I could find her? I'd like to ask her some questions. No. I've not seen her for a while. Maybe at the tavern? She was playing cards there from time to time. Anything else, Your Excellency? I hope, I must not play cards. Watch out for yourself. Okay, up in the tavern. I'm afraid these little secrets have not helped us a great deal. This Alba had just enlisted. She was happy, then changed her attitude. But is she a spy? We were told that she was sometimes at the tavern. We should take a look there. Yeah. Die Verhältnismen sind seltsam, aber ich denke mal, das hat andere Gründe. Ich denke mal, sie wird verfolgt werden oder irgendwas in den Dreh. So, den Verschlüssel, gut, den lassen wir mal. Irgendwas in den Dreh, dass sie verfolgt werden würde, ne? Dass sie vielleicht ursprünglich von hier kommt oder so. Die Frage ist, die sind doch noch gar nicht weggereist. Also, das Schiff war doch die ganze Zeit hier oder waren wir jetzt schon Monate hier und in der Zwischenzeit ist es weitergereist mit einem neuen Captain. Verwundert mich ein bisschen. Also, die Optik passt, also die Optik von dem Areal passt nicht zu der Story gerade irgendwie. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, die guckt durch den Boden, aber indirekt macht sie die Treppe sauber. Diese Zeit, du bist zu weit entfernt. Ich werde nicht sagen, dass du eine weitere Worte sagst. Das? Komm schon, gentlemen. Bitte calm dich. Wer sind Sie, die uns zu stellen? Das ist wahr. Sie wollen uns sehen, wie wir uns sind? Sie wissen nicht, wer du mit bist. Mein Kind, ich glaube, dass dein Job als Legate betreffen, dass es um die Krieg zwischen den Brunnen gibt. Okay. Back mit euch. Ja, tut mir leid. Ich hätte es ja gerne anders enden lassen wollen, aber... War da gerade was... War da gerade was Blaues? Hab ich da gerade was Blaues gesehen? Tatsache. Ui. Also, die hatten wir vorher schon, aber trotzdem. Ui. Okay. Sehr gut. Äh. Darf ich hier... Oh. Stelle Untersuchung an. Wo ist das hier? Ah, warte. Das wird hier hinten sein, im Innenhof. Oder unten im Spielsalon-Bereich. Machst du mal Platz hier. Komm. Mach Platz. So. So. So, jetzt sind wir... Schatten der Garde. Oh. 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 Oh, warte mal, warte mal. Die müssen wir wenigstens mitnehmen. Ah. Your Excellency, I'm glad to see you. It seems there has been an unexpected development. The manager of the tavern came to find me. He complained of supply problems on the island. And a customs sergeant who is seizing his shipments from the continent. Clearly neither we nor the palace gave any such orders. You suspect that these seizures are being used to supply the contraband? It's the only logical answer. And you wonder if Egon is involved? Very well. I will find out. Stimmt, da war ja auch noch was. Ah. So viel zu tun. So wenig Zeit. Ähm. Aber. Nochmal. Ähm. Das ist nicht das Areal, was wir durchsuchen. Oder? Warte mal. Ne. Genau. War nämlich fast klar. Es ist unten. Unten in dem Bereich. Wir müssen auch unten in den Keller. Deswegen haben wir hier nichts sehen können. Wenn ich doch noch wüsste, wo der Keller war. Hier oben. Da. So. Die Leichen liegen immer noch. Alles gar kein Problem. So. Hier ist noch eine Quest. Ach so, das ist die. So. Hier lang. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen durchstöbern. Hä? Äh. Hä? Äh. Versteht man mein Problem? Hä? So. Hier. Im Obergeschoss. Ach so. Im Obergeschoss. In dem Bereich. Also richtig Obergeschoss. Wir müssen ganz nach oben. Ist manchmal auch schwierig zu sehen auf der Karte. Hier. 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 Kommandantin Sieglinde. Lass mich raten. Ich muss jetzt theoretisch. Wann mal. Hier rechts lang. Ok, ne. Hä? Wie ist die verdammte Quest? Wie ist das? Oh ich bin verwirrt. Wo ist die verdammte Questen? Das ist doch das Obergeschoss. Oh, hier ist die Truhe. Mein Schloss knacken reicht nicht. Oh, hör auf. Ah, ich brauch doch bloß noch ein bisschen Level. Ah, lass mich durch. Muss ich vielleicht hier irgendwie lang? Und dann sagt er wieder unten, Stelle untersuchen in der Schenke. Oh. Wir sind verkehrt. Wir sind wirklich verkehrt. Aber sowas von. Kann ich hier irgendwie runter? Ja. So ist besser. Da drehst du dich hier total im Kreis. Und hier ist, guck mal, hier ist ein Zeichen. Stelle. Aber das ist oben. Ich rede mal einfach mit den Dings hier. Was kann ich dir holen? Ich suche ein junger Nort. Sie geht bei dem Namen Alba und sails auf Captain Rubin's ship. Ich weiß nicht, wer das ist. Warum nicht das? Und dann fragen Sie das Mann da. Er oft mit den Säilern sharen ein Bottle mit den Säilern. Er könnte sich erinnern, dass ihr Nort. Was noch etwas? Manfred, der Quartermaster des Barracks, hat mir gesagt, um deine Probleme zu haben. Und er sendet dich? Damn. Ich dachte, ein Legate würde in Person sein. Aber es ist schön, dass unsere Probleme zu sein, dass unsere Probleme zu sein sind. Ich erkläre es. Alkohol hat sich in New Säilern sehr viel Zeit in New Säilern für ein paar Jahre. Unsere Bewerbungen in der Stadt sind immer die Verteidigung der Leidenschaft, so dass sie nicht mehr Bewerbungen zu bewerben haben. Ich hätte es geschafft, wenn meine Monatel-Kontinent aus dem Kontinent gekommen wäre, aber Customs hat meine Bewerbungen verletziert. Sie haben dich eine Bewerbungen gemacht? Die Bewerbungen verletzieren, sie sagten. Zeit, um zu checken, dass alles in Ordnung ist. Und jetzt sagen sie mir, dass sie meine Gäste nicht zurückgeben können, weil sie sie stolen wurden. Kannst du es glauben? Wenn sogar Künstler werden getötet, was haben wir? Das ist alles ziemlich verwirklich. Nichts Worry, ich gehe und sehe diese Künstler-Office und bekomme diese Klinik. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt reden wir erst mal. Äh. Mit ihm, mit ihm reden wir. Hey, look at that. Die Upper Cross coming to slum here in the tavern. Hau mir, ich helfe dir. Wir suchen eine junge Norde. Sie ist Teil der Kapitän Rubens Crew. Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagst. Eine Frau, die ihre Arbeit mit Stahl verliert. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sahen, die letzte Mal gesehen haben. Ich habe sie nicht in der Klinik. Ich habe sie nicht in der Klinik. Ich habe sie nicht in der Klinik gesehen, die mich interessieren. Ich bin oft verstanden für ein Drunken, also sie haben keine Achtung zu mir. Aber ich sehe alles. Vor allem mit den Augen. Ähm. Sag mir, was du sahst. Ich würde dir all das erzählen, aber... Ach, deswegen konnte ich Alkohol bestellen. Jetzt muss ich auch noch Alkohol kaufen. Geh doch mal zur Seite. Und zwar möchte ich das hier kaufen. Okay, jetzt habe ich Schnappstasche. Und jetzt... Ja, hallo, ich will ihn hier. Ähm. Ähm. Nein, nein, alles gut. Das wird alles, Soldat. Danke. Okay. Volle Pulle raus. Finde in den toten Briefkasten. Hm. Das kann unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht fühlt sie sich, äh, 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 ja, traurig oder so, dass sie im Teil Spionin ist, weil sie eigentlich lieber Nord sein möchte. Versteht? Äh, äh. erwische die person ich da hoch oder was von der seite komme ich da hoch viel zeug ich kann gar nicht weg ich komme nicht weg ich bin Ich sehe, Sie sind die Dokumente aus der Dead-Drop. Was ist das? Ich habe die Mission gekauft, ich habe zu machen, nichts mehr. Wie geht es um Ihre Aufmerksamkeit, indem Sie uns jemanden senden Sie? Ich würde sagen, dass ich Ihr Service bin, meine Frau. Ein Mann aus der Allianz bezahlt für mich hier alle zwei Tage, um die Konten zu holen zu holen. Ich muss die Messungen, ohne sie zu schauen, und um sie zu der Meeting-Point. Wer ist dieser Mann? Ich habe keine Ahnung. Er wollte mir nicht seinen Namen geben, und ich habe keine Ahnung. Wie lange ich bezahlt, ist das alles, was wichtig ist. Und wo ist der Meeting-Place? Es ist egal. Er legt mir eine Note in der Tavern mit der Location. Und hier. Das ist das für heute Abend. Hör, das war nur ein bisschen extra Geld für mich. Ich würde es wirklich empfehlen, wenn der Quartermaster nicht wusste, über das. Ist klar, ist klar. Gib mir, was da drin war und geh. Hier. Goodbye, Your Excellency. Mhm. Finde ja hera... Der könnte... Okay. Ähm... Das ist natürlich klar. Der könnte absolut dicke Dinger verstrickt werden und sein, ne? Aber es ist halt nur ein Nebengeschäft. Alles gut. Aber es hat unseren Ruf ein bisschen nach oben gedrückt. Ach, hier war ja ein Schmied, ne? Warte mal. Äh... Der kann ver... Ach, der Schmied kann verbessern, wenn wir es nicht können. I see, I see, I see, I see. Warte mal. Er kann Dinge verbessern, wenn wir es nicht können. Warte mal. Momente mal. Guck mal. Guck mal. Kann er andere Upgrades draufpacken? Ah... Was kostet mich das? Boah. Ich guck... 75 Goldstücke nur? Das ist ja spottbillig. Aber... Damit lassen sich nur... Ja, da... Da kommen keine zusätzlichen... Sachen dazu. 75 Gold... Ist das lachhaft? Ah, hier kommen Resistenzen dazu. Guck mal. Hier gibt's Schlossknacken. Hier gibt's sogar... Ah... Notwendig für Diebe. Wow. Und wenn wir jetzt uns die angucken... Alter... Sieht natürlich doof aus. Aber... Aber... Was wäre denn jetzt... Ich... Ich riskiere es einfach mal. Ich... Das dazu, ne? Okay. Okay. Keine Komponenten gesammelt. So. Da kommt man nicht ganz so stark, ne? Ach so, gesammelte Komponenten. Was war zurück... Boah. Uh, die ist jetzt nicht viel besser. Ne? Aber die hat... Optisch was. Das ist natürlich... Das ist natürlich... Uiuiuiui. Die machen nur Rüstung. So, jetzt kommen wir in das reine Eisenerz-Problem, ne? Äh... Was ist mit den Stiefeln? Geht das da auch? Okay, die machen nur... Ah... Zornerzeugung, physischen Schaden. Rüstungsschaden. Betäubung. Gut, da fehlt aber jetzt das Roheisen. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Aber wir sind ja schon da. Na, mein Freund. Guten Tag. Don't move, Sir. What do you want from me? Your messenger is not coming. I'm the legate of the merchant congregation and you have been caught plotting treason. So I suggest you talk. What do these messages contain and what are they about? You wasting your time. I won't say a word. Okay, äh... Okay, äh... Wie wär's ein bisschen Charisma? Do you realize that you were suspected of espionage and conspiracy? Don't you think you'd better explain yourself? Wait, I don't end up in jail. It's not about the secrets of the congregation. Let me explain. Sometime ago, it was rumored that the secrets of the Noughts were for sale. My country was interested. So I started exchanging messages as you've been doing. The Nought who was willing to give up these secrets demanded a fortune. He also wanted to become a citizen. But we were only at the negotiation stage. For the moment, I have received nothing concrete. Just promises. Who is the Nought you're talking to? I've no idea. The messages were signed White Rose. But I doubt it's a real name. Very well. You seem to be telling the truth. Now, if you'll allow me, I will leave the town. Naja. Okay. Bericht erstatten. Damit hat sich die Sache erledigt. Wobei, noch können wir ja auf sie zurückgreifen, ne? Die wird ja bestimmt früher oder später auftauchen wieder. Oh. Ein bisschen Gold aufpimpen. Was he indeed a spy among the Noughts. But the spy's identity remains to be proven. Take this. Ich habe diese Noten, die scheint zu sagen, dass deine Geheimnisse zu vielem Bewerb haben. Die Allianz-Citizen, wir haben nicht gewonnen, die Bedeutung. Ich wusste es. Meine Log-Buch hat nur geblieben, und natürlich Alba ist weg. Wir brauchen wirklich noch mehr Beweis? Der Buch muss auf alle Kosten sein, bevor Alba sells es. Ihre Excellency, können wir noch einmal auf dich wiederholen? Ich würde gerne helfen, aber diese Island ist groß. Wie kann ich überhaupt nicht versuchen, es zu finden? Alba ist von Teleme. Sie hat wahrscheinlich den Refuge in San Mateus genommen. Das reduziert die Suchgebung ein wenig. Was sagst du, Ihre Excellency? Das ist ein Weg, der folgt, um zu folgen. Ich werde dich verabschieden, Admiral. Ist jetzt nett, eine Belohnung. Eine Belohnung wurde in die Truhe neben deinen Lagerfallen platziert. Okay, warte. Teleme, ne? Das heißt, wir werden gleich eh eine Truhe sehen. Spätestens da eine Belohnung. Oh. Neben unseren Lagerfeuern ist eine Belohnung. Wir haben aber noch auf... Wo kommt das hier? Wo kommt das hier? Warte mal. Ich weiß, das lohnt sich wahrscheinlich nicht mitzunehmen, aber... Ab ins Inventar damit. Kette des Seilers. Wo kommt die hier? Öp, 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 jetzt bin ich gerade... Die ist bestimmt reingepackt worden, ne? Man hat es uns zugeschoben. Man hat es uns zugeschoben. Ich darf die nicht tragen. Ah, die sind gebunden, hä? Wozu braucht sie Schlossknacken? Elementarresistenz. Komm, wir lassen sie mal typisch. Wir können das immer noch aktualisieren. Aber wer kann denn das? Aber wer kann denn das? Willenskraft 4. Und sie hat keine Willenskraft, oder was? Was hat sie denn? Willenskraft 2. Das wird ja ewig dauern. Okay, dann sollten wir das wieder hier reinpacken. Weil das brauchen wir nicht die ganze Zeit mitnehmen. Wir packen auch das Schwert hier rein. Weil das sind einfach mal 15. So, alles was wir nicht brauchen. Oh. Ähm. 4. So. Äh. Kurt hat ne Quest. Aber jetzt nicht. So. Ich hab hier irgendwo ein Fragezeichen gesehen. Oben. Wo ist das Fragezeichen? Hä? Wahrscheinlich strahlt bloß was durch. Aber guck mal, wenn ich hier unten stehe. Ne. Dann war's. Dann war's. Dann war's. Ähm. Der Schlafplatz. So. Wo soll ich hin? Ähm. Im Hafenamt. Okay. Ach, Mist. Da können wir nicht rüberklettern. Uh. Uh. So. Jetzt werden wir gleich vollgetextet. Nein. Jetzt ist keine Zeit. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Ah. Wir sind Stufe 21 übrigens. Ne. Ich hab das Level ab gar nicht mitbekommen. So. So. Ne. Dann gucken wir mal. 82. Wahrscheinlich da vorn. Da. Ne. Ist aber auch versteckt hier. Da ist er. Ne. 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 Das weckere. Ne. 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 ерв wrestle. Na. Ne. Okay, ab zur Schenkel. Aber das heißt wahrscheinlich abends, ne? Das heißt wahrscheinlich abends. Ist sehr viel Rennerei aktuell. Das fällt gerade ein bisschen auf. Guck mal, oh, wir müssen wieder durch die halbe City laufen. Na gut, ich nehme hier ein bisschen Munition mit. Wie sieht es denn eigentlich aus gerade? Oh, falsche Taste. Okay, das war auch die falsche Taste, aber ist egal. 46. Schuss. Jetzt haben wir einmal umsonst einen Heiltrank getrunken. Oh, da ist der Schuss wieder drin. Hm, hm, hm. So, dann fragen wir mal ihn hier. Okay, wir fragen nicht ihn. Ich glaube, das heißt in der Nacht. So, haben wir hier irgendwas zum Schlafen in der Nähe? Vermutlich nicht, ne? Ähm, doch, hier. Okay, das ist doch gar nicht so weit weg. Dann legen wir uns hier schnell hin bei uns. Und, äh, dann müssen wir bloß in der Nacht wiederkommen. So, Schlafe, Link. Äh, hier, Nacht. Ach, jetzt wäre Nacht gewesen. Na gut. Mach mal so. Ich finde es mal cool, wie irgendwelche Gnome nachts die kompletten Kisten wieder auffüllen. Also, in dem Spiel kann man eigentlich nicht ohne Ressourcen unterwegs sein. Da ist er doch. Hallo. Are you Master Lorenz? Indeed, my lady. What do you want from me? My name is De Sardé. I'm the Legate of the Merchant Congregation. And I have a few questions for you. We're looking for a young nought called Alba. We were told that you are her father. Alba. What a stupid name. Her real name is Clara. And yes, she is my daughter, although she chose to deny me. Have you seen her recently? Alas, no. Otherwise, I would have brought that little idiot back to Teleme. Why did she have to leave? What madness could make her leave the convent to go to sea? Tja, vielleicht weiß, was er leben will. Your daughter is accused of espionage and treason by the Nords. Do you think she could be guilty? Espionage? I can't believe it. But treason? How can it be denied? She rejected her country, her faith and her family by getting on that ship. But I will soon bring her back on the right path. I hired a sleuth from the Ordo Luminis. Oh, yeah. Tell me more about this sleuth. Some inquisitors are specialists in hunting criminals or heretics or young scatterbrains. That's certainly the case with this Johannes. He will bring her back to me and she will return to the convent in Teleme. Do you know where we could find him? Maybe he could help us. His last message was about a missionary camp where he had followed her near... when she... something or other. I'm sorry, I can't remember those island names. Thank you, sir. If you find her, bring her back to me. She will no longer have the chance to betray anyone at the convent. I hope we're done. Also, wenn ich die Option habe, werde ich sie nicht zu ihm zurückbringen. Ich glaube, sie ist... Ja. Ich glaube nicht, dass sie schuldig ist. So, Schnellreise. Warte mal, Schnellreise? Lohnt sich das? Da waren wir doch schon. Okay, lohnt sich. Aber ich mache den Weg wieder über mein Haupthaus. Nee, ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise, äh, ja, eine Spitzelin ist, ne? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, die ist einfach nur am Wegrennen und das mit dem Spitzel läuft parallel. Da ist ein anderer für zuständig. So. So. Na, jetzt bin ich gespannt. So. Ach, auch noch hier oben. Ach, hör auf. Die, die wir weggeschickt haben. Eigentlich müsste das Ding hier leer sein. Ja, die sind wirklich gegangen. Die haben wir weggeschickt, ne? Das sind die, die, äh, das, äh, weiße Vieh reingeschmissen haben. Und jetzt können wir endlich hier rein. Oh. Unsere Mission dauert viel länger als erwartet. Diese armen Wilden klammern sich an ihren kindlichen Glauben und weigern sich, das Licht zu sehen, das ihre Seelen retten könnte. Wir müssen die größte Geduld aufbringen, um sie einen nach dem anderen zu überzeugen und umzubringen. Leider trübt diese unerwartete Widerwille die Moral meiner Kollegen und ich habe einen von ihnen dabei überrascht, als sie sich einem dieser Kinder aufzwang. Oh, nee. Er schien voller Reue zu sein und versicherte mir, dass er es nicht noch einmal tun würde, aber ich bin überzeugt, dass er nicht der einzige Sünder ist und es nicht der erste Vorfall dieser Art war. Diese Narren, jetzt muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass ihre Taten geheim bleiben. Wenn unser Orden oder die Mutter Kardinalin davon erfährt, werden wir alle zurück zum Kontinent geschickt oder sogar verurteilt. Okay. Im Namen des Glaubens, ne? Wirst du jetzt vergewaltigt. Genau das. Der Herr hat's mir befohlen. Da. Ah. I see you folks at the Ordo Luminis are as subtle as ever. Why politely ask when we can resort to torture, hm? Only missionaries believe that these savages would help us without... encouragement. But why are you concerned by my methods if you're looking for this young woman, too? I do not like the idea of leaving a trail of blood behind, Johannes. The case that sends us here far exceeds your petty mission. So you'd better leave. I made a commitment to find this young woman and bring her back to her father. I will not give up so easily. I have been promised a substantial amount of money. And I care about my reputation. Ha! Your reputation! Your order has already lost the support of the Cardinal Mother for interfering with the Nords. And here you are again involved in their business. You're putting nails in your own coffin, Johannes. Hm. I didn't see it from that angle. Well, I'm going back to San Mateus. I leave you this savage. Have fun and happy hunting! It's good, that we're eingegriffen, or? Let's free this poor man quickly. May the grass be forever soft under your feet, Renekse. I thought I was dead. He would have killed me. Even if I had spoken. You're probably right. Do you think you can answer us? We also have questions to ask you. You saved me. I owe you answers. But first, I have to go back to my village. I need to heal. Meet me in Wenshavayay later on. Oh, please. Nauten plus 3. Jetzt muss ich den ganzen Weg da erstmal... Oh. Oh. Na wohl. Es dürfte sich... Es geht. Es geht. Es geht. Es dürfte sich den ganzen halten. Aber trotzdem. Weißt du, in der Zwischenzeit haut sie einfach weiter ab. Und wir latschen hier erstmal durch die Pampa. Er muss erstmal noch heilen, um uns dann zu sagen, ich hab... Also gestern, wo wir uns getroffen haben, da hättet ihr ganz schnell aber so... Oh, da muss ich lang. Nee, da will ich nicht lang. So, da ist er. Frisch gestärkt, geheilt und ansprechbar. Do you offer services as a guide? Sometimes I take Renekse to a good fishing place. They give me beautiful objects in exchange. But right now we have to be careful. There have been accidents with the Temlins. Did you want anything else? We're looking for a Naut girl. The same one that the Inquisitor is looking for. But I promised Alba to say nothing. I would really like to help you, but... And you risked your own life keeping your promise. But Alba is in a very delicate situation. If we do not find her first, others will track her down. And they will kill her without letting her defend herself. So, she was worried to be afraid, that poor girl. She came here saying she was being chased. I led her into the forest nearby to a cave where she was hiding. If you have one of your... Notes. I'll show you where she is. Thank you. Did you want anything else? Nee. I must go. Goodbye. Where can I be from here? Where can I see here? Where do I mine? Thank you! Not here the way! Not here the way! Oh god! That's already right! Yesterday, where was I'm in DR altre shut down. I'm not just like this of now. How about there? Oh? A contractor! Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier so direkt durchlaufen konnte, ne? Oder? Ne, hier muss ich irgendwo lang. Jo. Ne, jetzt kein Kampf. Ich glaube, das war hier ne... Alles gut, alles gut. Ich hänge bloß fest. Was? Ich hänge fest? Okay. Boah, die sind aber... Hier waren wir schon drin. Oh, nee. Ja, wir waren nämlich schon. Unmöglich zu erklimmen. Ach so, das war die Seite. Das heißt, wir werden wieder überrascht werden von irgendwelchen Viehzeugen. Und die sind alle wieder... Ach, die sind alle wieder... Ach, die sind alle wieder... Huiuiui, so. Schön mit looten. Hier waren wir aus Versehen drin. Und das war aber nichts, was wir hätten hier... Na, wir hatten eins von den weißen Viechern erledigt, ne? Och nee. Bitte nicht. Die wird tot sein. Oh nee, okay. Stop! You have won! Finish me. I still prefer to die than to return to my father. I'm starting to have doubts about our mission, my child. This girl is sincere. We did not intend to kill you, let alone take you back to your father. So then why are you here? We know you betrayed the Norts who took you in. You stole documents from your captain to sell them to the highest bidder. And we're here to pick them up. What? I never did such a thing. The Norts are the family I chose. I would never betray them. There's no point in denying it. We found the dead drop that you used. We confirmed that you were negotiating to sell secrets. And Captain Rubin, who already suspected you, reported the theft of his book just as you were leaving town. But all of this is false. I don't even know what a dead drop is. And if I fled, it was to escape you. Escape us? If you were not the spy, that makes no sense. You'd better tell us what happened. Some time ago, Captain Rubin told me that he had been informed that my father had gone to Tirfriddy. It worried me. I knew my father would do anything to bring me back. Then, in New Serene, my colleagues told me that the Legate was looking for me. I was scared. I told the Captain, who told me that I would find a ship in San Mateus to leave the island. But there were none. I saw my father at the tavern with one of his inquisitors. And I realized that my only chance was to flee deeper inland. A native helped me find this cave. And there you have it. I can't believe it. And yet, the Captain used us and this young woman with manipulative skills worthy of a cardinal. Probably to hide the fact that he himself is the spy. We've been duped. We must return to New Serene as soon as possible and warn the Admiral before it's too late. And what will become of me? You will come with us. We will protect you. We'll need your testimony. It will be better. It will always be better. Also, what's this here for a story together, is a hammer. Also, the einzelnen kleinen Geschichten and Nebenplots and so on. Diese ganzen Intrigen und Verrat und überhaupt. Das ist schon schön. Wengleich halt das sehr viele Gelaufe. Das nimmt doch dann ganz schön überhand. So, schnell da zum... Ja, da ist auch noch viel Zeug. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So, danke. Äh, nee, ähm, reisen wollte ich. Äh, cool. Wir stehen ja direkt dann davor. Ist aber auch ein Ars, der Typ, ja? Nehmt Veskos Schiff und dann sowas. Das ist aber auch ein Ars, der Typ, ja? Das ist aber auch ein Ars, der Typ, ja? Wir wissen, dass wir nicht mehr Ars, der Typ, ja? Das ist aber auch ein Ars. Das ist aber auch ein Ars. Das ist aber auch ein Ars. Und zu denken, dass ich glaubte, dass ich seine Lüge glaubte. Aber er ist ein Kapitän. Ich kann ihn nicht ohne soliden Provenz. Und wir müssen wissen, wer wir seinen Journal verkauft haben. Frage auf seine Crew. Aber bleib diskret. Es sollte nicht verhindern. Was anderes? Boah. Der Ruf ist jetzt voll... Er wurde in der Truhe neben... Okay, wir haben noch mal was bekommen. Oh, das wird spanzig. Es wird spaßig. Wir haben noch ein hübsches Geschenk. Das heißt, es lohnt sich bei den Fraktionen, sich nach oben zu arbeiten. Du. Und seitdem wir hier sind, hat es schlimmer gemacht. Er scheint... ...verfassbar. Der kleinste Verkauf hat ihn auf den Boden. Aber... Es ist nicht mein Platz für meinen Kapitän. Er hat die Verantwortung, ich kann nicht fassen. Was anderes? Ich muss weg sein. Vielleicht treffen wir später. Auf Wiedersehen, dann. Hallo. Du brauchst etwas. Was denkst du über Kapitän Rubin? Between dir und ich, ich liebte Kapitän Vasco. Er ist ein guter Kapitän. Aber er braucht Team Spirits, wenn du was sagst. Er ist aloof. Er geht nicht mit seiner Crew. Du bist noch weit weg. Von der Mark. Zu ihm, wir sind nichts mehr als Lackies. Der einzige, der einen, der einen Lachen bekommt, von Zeit zu Zeit, ist die schöne Gretchen. Oder er geht in der Tavern. Sie schraubt seine Hände. Sobald er kann, ist er nach dem Brothel. Das muss ihm eine richtige Fortunus kosten. Er sollte sich vorsichtig sein. Eine Debt mit einem Koin-Guard ist wie eine Säule nach einem Sturm. Äh... Okay... Okay... Ihre Excellency. Ich bin so glücklich, dass Sie wiedersehen. Das Glück ist. Was kann ich für Sie tun? Was denkst du von Ihrem neuen Kapitän? Er weiß, wie die Leute ihn überprüfen. Er läuft ein ganzes Land. Was gibt es noch? Er ist ein Kapitän. Ich bin nur ein Cabin. Er ist gut mit Alba? Er war zuerst von ihr. Aber, als er sah, dass sie glaubwürdig war, hat er sie als einer unserer eigenen. Aber, als sie erscheint, hat er uns gesagt, dass sie nicht hat, was es braucht, um nicht zu sein zu sein. Er sprach von Tränen und sowas. Ich denke, dass er erinnert hat, dass sie überhaupt glaubwürdig war. Für was anderes, Ihre Excellency? Okay, wir gehen... Ich bin froh, dass ich gehen muss. Schau dir für dich selbst. Wir gehen... ... in die Kleibe. Das ist das, was ich meinte, diese vielen Laufwege, ja? Ein bisschen schade manchmal. So sehen wir wenigstens was von der Gegend, ja? Ich finde es immer noch, trotz der vielen Dubletten, die hier stellenweise auftauchen, finde ich das wirklich alles sehr liebevoll umgesetzt, ja? Es fehlt halt nur ein bisschen an Leben, logischerweise. Aber... Ich glaube, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit und Entwicklung reinsetzen für irgendwas. Äh, muss ich wieder nachts kommen oder muss ich nach unten klettern? Warte mal. Ne, ich kann so befragen. Und die ist bestimmt unten im Keller. Oder? Ne, die steht an der Tür. Hier. Ähm... Mal gucken, ob sie... Ja, okay. Hallo, meine Damen und Herren. Es ist schwer, die Oberkruste hier zu sehen. Es muss mein glücklicher Tag sein. Wollen Sie und Sie einen guten Zeit haben? Ich könnte ein paar Freunde nennen. Ich bin sorry, ich bin nicht hier dafür. Wirklich? Was würdest du dann gerne? Ich habe gesagt, dass Kapitän Rubin dich sehr gefällt. Und dass du viel Zeit mit ihm spendest. Er ist einer der Regulärer, das ist wahr. Er hat mich immer gefragt. Es ist, weil ich am liebsten bin. Aber nicht auf den Zähnen. Entschuldigung, mein Lieber. Aber was ist zwischen meinen Kunden und mir, ist niemandes Geschäft. Ach, komm hier. Ja. Er hat sich nicht mehr verändert. Er hat sich nicht mehr verändert. Ja. Er hat sich immer noch etwas fühlt. Er hat sich auch etwas Angst. Er hat sich auch etwas Angst. Er hat sich auch etwas Angst. Er hat sich nicht mehr erzählt. Er hat sich über seine Erziehung mit seinen Mann und seinen Superiors? Oh, ja. Er hat immer noch etwas Angst. Er hat sich immer noch ein Verkauf. Er hat sich gewohnt. Er hat sich als Team anbekommen. Aber sie hat sich nur verändert. Und die Crew ist nicht mehr an seinem Level. Und sein Admiral er hat ihn. Okay, dann haben wir das Motiv. Okay, After Dark. Wir bleiben aber in dem Areal. Speichern. Oh, verkehrt gelaufen, verdammt. Was ist er denn? Ach, das ist die andere Questreihe, ne? Nee, hier kann ich nicht abkürzen. Nee, nee, raus hier, raus hier. Vorsicht. Nicht, dass wir hier irgendwo hängen bleiben. Gab schon ein paar Mal so ähnliche Situationen, wo wir nicht mehr rausgekommen sind. Okay, hier verstecken. Schleiche, Schleiche. Fällt überhaupt nicht auf. Fällt überhaupt nicht auf. Wie wir hier lang schleichen. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Die Frage ist, ob ich mich immer irgendwo hinter verstecken muss. Äh, nee, nicht Pause machen. Er scheint sich jedenfalls sich umzudrehen. Mist. Da hat der sich nochmal umgedreht, die Sau. Okay, äh, jetzt wissen wir das, dass er sich nochmal umdreht. Ja, komm. Diesmal nicht. Ich war wohl zu dicht, hä? Ah, ich glaube, der geht jetzt zum, zum Toten Briefkasten. Ich bin zu weit weg. Ja, er geht zum Briefkasten. Ja, er geht zum Briefkasten. Okay, da müssen wir also alles nochmal melden. Also, schnell nochmal zurück. Und dann haben wir, glaube ich, auch die Aufgabe wieder erledigt. Ist gut. Vielleicht steigen wir auch noch im Level. Aber nur vielleicht. So, da ist sie schon. Und feuerfrei. Da Sardé. Da Sardé. Was kann ich für dich tun? Wir wissen ein bisschen mehr. Rubin continues zu nutzen, die Dead Drop. Und hat eine Beobachtung mit seinem Beobachter. Er hat sehr viel den Nerv. Zu funktionieren, zu nutzen, dass du das Buchstabschlagst, sogar wenn er weiß, dass du sie wissen. Oh, bitte nicht wieder zurücklaufen. Alter. Ey. Bitte. Weißt du, es sind so viele schöne Momente in dem Spiel drin, ja? Und dann verdübeln sie das die ganze Zeit mit dieser Rennerei. Das kann man ein bisschen besser machen. Aber gut. Das ist ja mal auf hohem Niveau. Ach, da lag. Stehen da welche? Ich glaube nicht, ne? Da oben ist was. Guck mal, da oben. Ach, wir gucken wieder zu. Deswegen. Und angekommen. Von dieser Position, wir können Sie die Meeting diskretely sehen. Perfect. Ich kann nicht warten, um es zu sehen. Dieser Traitor wird genau was es zu tun, was es kostet uns zu machen. Men of the Coin. Our greedy Captain hat sich mit ihnen zusammengefasst. Der Wretched Traitor. Wieahrer kann er weinen zum unterhalb sie Donut world Não aceit il ist wievall weinen weinen Gott heeft læ número قي Ohla. Zauber! Das siehst du. So, noch ein bisschen die Sachen einsammeln. Okay. Da ist das Tagebuch. Ein Vertrag mit Groschengarden-Siegel, der sich an Captain Ruben richtet. Ihm werden eine große Summe sowie eine angesehene Position auf dem Kontinent im Austausch für die Geheimnisse in den Nauten versprochen. Ja, wir bringen es jetzt sofort hin. Das schließen wir jetzt noch ab hier. Und dann, äh, heißt es wieder Schlafzeit. So, hier lang. Hier rüber. So. So. Und abgegeben. Oh, bitte nicht wirklich. Ach komm, warte. Mach was so. Oh. Jetzt aber. Huh? Oh. Nein. I need to be going, until we meet again, Admiral. Genau. Auch ich werde das nicht vergessen. Erst recht nicht, wenn ich jetzt ins Bett gehe. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Firefox.